Ich würde vorschlagen, wir stellen euch unter unseren Schutz, dass ihr raus seid. Ihr seid raus, denn wir können euch helfen. Denken, einfach die Waffen aus und jahrt keiner einen Personalausweis, weil niemand Personalausweis ist. Ansonsten verrät er das deutsche Volk. Jungs, wir müssen doch auf eurer Seite. Wenn ihr euch inständig darauf zu verzichten, wenn ihr in Verhangen werdet. Wo sind ihre Dienstagern? Drohnen? Sie sind drohen? Sie drohen? Sie drohen? Ich bin kein Gewalt. Ich kündige Maßnahmen. Hier ist die Ungewalt. Das ist eine Gewalt. Das ist keine staatliche Musik. Nein. Sie haben eine Registrationspflicht, haben Sie das zu lesen und bitte zu verstehen, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Aus § 6. 63. Wir haben Geld, das nicht. Wir brauchen doch die Polizei. Hallo! Warum geht's nicht? Hallo! Kommen Sie bitte mal mit. Wir lösen das auf. Halt! Stopp! Ruhe! Ich rede! Also, wir lösen das hier auf. Sie geben uns einen rechtsmittelfähigen Bescheid. Okay? Das sind die Maßnahmen nicht dulden und dann machen wir das. Okay? Ich möchte bitte... damit ich weiß, mit dem ich hier gesprochen habe und mit dem ich eine Korrespondenz zu Achso. Dem Hochkommissar für Menschenrechte haben Sie gerade gewusst. Ja. Aber ich habe schon... Ich habe keine Meinung. Da gibt es ja einige. Ich kenne da einige. Die ersten ja mit dem Vornamen. Meinungen. Er hat mehrere Meinungen. Aber ihr Vornamen hoffen wir auch. Dann enthalten Sie... Nach Kontrollrat, die setzt 35, steht da auf der Tode. Ihr seid nur ein Privatabfahrer. 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 Achtung, liebe Polizisten, stellt euch unter unserem Schutz. Allein in der Freude. Oswalt. Was daheri. Die Iranad Britz ist nicht gut. Pieperabfahrer. Wer in dieASS-Kartei mit derBR, wenn der INS ist. Sie haben Ihren Namen festgehalten und haben das so gemacht. Sie müssen sich nach Dienstverschrift bitte anständig ausweisen. Und Sie können auch meinen Namen lesen. Nein. Ihr kennt das ja gerne, meinen Ausweis. Vieren hätten wir gerne. Sie zeigen jetzt Ihren Ausweis und er zeigt seinen Ausweis. Sie sind nämlich auf der rechtlichen gleichen Schiene. Sie stehen auf der gleichen Stufe. Sie kommen her, dann holen Sie das. Wir verhandeln auch nicht mit Staatszahlen. Wärme, Wärme, Wärme. Sie haben direkt bei den Ausweis. Sie haben einen Daumen draufgehalten. Also ich habe ihn nicht zu sehen. Ja, da vorne haben wir einen. Ja. Ich hätte gerne einen Ausweis. Ich bin Missionar. Also, das ist bei Dich. Ich bin Missionar. Ich bin ein Abstand für die Ausweis. Das ist kein Abstand für die Ausweis. Das ist kein Abstand für die Ausmeldung. Ich bin ein Abstand für die Ausmeldung. Ist der Abstand für die Ausmeldung. Ich bin überzeugt. Das ist ein Abstand für die Ausmeldung. Das kann man mir ausgeben. Er ist nicht in der Lage, er ist zu begreifen. Das ist für uns verhandlungsleitende. So, und jetzt ist Schluss. Wir möchten seinen Ausweis haben. Könnt ihr uns aushänden, oder wir gehen uns einfach mal in Ordnung. Hey hey,laus die Mannenruhe! Ruhig! 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 Zillen! Zillen! Lassen Sie die Mannenruhe! Komm, sei unter meinen Schutz! Von der Regenstreitung! Sie müssen... Nutz deine Regenstreitung! Hey, stell dich unter unseren Schutz! Wir sind das Volk! 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 Ihr müsst runterkommen, ihr macht Gewalt! Ruhig! 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 Verhalten! Ruhig! 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 Ihr werdet selber verarscht! Wir sind friedlich, was seid ihr? Terrorismus, was seid ihr? Wir sind friedlich, 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 was seid ihr? Wer hat mit der Faust zugeschlagen in meiner Sicht? Wer hat denn angefangen? Hier stört ihr! Terrorismus ist das! Das ist Terrorismus! Das ist Terrorismus! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Genau so haben die Scheißdaten! Laut ihn los! Komm mal zum Beliebnis suchen, was ist hier los? Schlag Polizisten! Was ist das? Terrorismus ist das! Angstkarte! Mann! 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 Verdammt! Ey, lasst den Mann in Ruhe! Alter, ey, filmt die, Alter! Keiner hat hier seine Renunziationspflicht genutzt, Alter! Alter, die haben gerade einen Gottesdienst aufgelöst, Alter! Ihr wisst ja nicht, was ihr tut! Ich auch! Ich möchte eine Strafanzeige erstatten! Strafantrag! Ja, sie hören die nicht, sie hören die nicht! Strafantrag! Hallo! Für das Volk! Ich möchte eine Strafantrag stellen! Hey! 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 Sie haben auch gesehen! Das kann nicht sein, der war, Thea! Das gibt's nicht! Das wollen sie da! Thea, Thea! Thea, Thea! Thea! Seht ihr doch? Thea! Thea! Das ist kein Rettbein! Du! Das ist kein Rettbein! Du! 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 Das ist kein Rettbein! Du! Wir machen einen Gottesdienst, für den wir nicht! Wir haben keine Waffen! Die Kamera ist auf dem Internet! Brutus angeklagt beim Internet! Die gehört zum Deutschland! Die gehört zum Drachen! Die gehört zum Drachen! Die gehört zum Drachen! Die gehört zum Drachen!